Wuuuuhh, das sah von aus wie jetzt nicht so krass aus. Der sah auch sehr langsam aus, aber der kribbelt ja richtig hart. Oh, wie schnell dreht der denn? Der dreht ganz schön schnell, ne? Da ist der flotsch. Ja, vor allem sieht der gar nicht so aus. Oh, das geht ja jetzt aber ab hier. Das ist die Erdteil. Der zieht auch bis unten, ne? Der kribbelt wie der Große. Ich finde den schlimmer wie den Großen. Also schlimmer nicht, aber es kribbelt halt mehr. Das ist so ein anderes Kribbelt. Das zieht einfach so bis unten, bis der langsam wird. Er zieht doch so ein bisschen deine Füße. Das merke ich jetzt nicht. Ich finde es hat schnell, voll schnell wieder dreht, weil man so halb im Bügel hängt irgendwie. Das ist noch zu der Fahrt. Das war cool. Ich habe es mir langweiliger vorgestellt.